Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Fordstor Rahnburg, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Joe Ennox nach dem Spiel gegen Fortuna Köln 2 zu 1 hat der VfL heute gegen Fortuna Köln verloren und du hast gerade in der Pressekonferenz auch davon gesprochen, es war einfach eine schlechte Leistung. Eine ganz schlechte Leistung. Nicht nur eine schlechte Leistung, sondern eine ganz schlechte Leistung, dass wir aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht in der Lage waren, unser Spiel durchzudrücken, Fußball zu spielen, einfach zu spielen, sehr lethargisch. Wir hatten gestern ein Training, wo viel Feuer drin war und vielleicht haben wir vergessen, diese Feuer mitzubringen. Wir sind alle sehr, sehr, sehr enttäuscht. Man muss auch dazu sagen, als die Mannschaft ins Spiel gegangen ist, die erste Viertelstunde war gut, da war das Feuer eigentlich noch da und auch nach der Halbzeit, als die Mannschaft rausgekommen ist, hat man auch dieses Feuer noch gespürt. Aber es gab eben auch in beiden Halbzeiten dann diesen Knack und das führte sich ein bisschen an wie ein Genickbruch auch für das Spiel der Osnabrücker. Definitiv. Knackpunkt in der ersten Halbzeit war halt Ballverlust, wo der Damani allein auf dem Tor läuft plus das Gegentor. Und danach waren wir halt nicht in der Lage, irgendjemanden halt einfach Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, pass mal auf, Jungs, so nicht weiter. Und wir haben halt in der Halbzeit gewechselt und haben gehofft dadurch, dass wir etwas präsenter sind. Kurze Zeit waren wir präsenter und danach halt wieder nicht mehr. Und dann hat man gesehen, wenn der Kopf nicht mitspielt, dann ist es problematisch, das Fußball spielen. Kannst du einmal die Stimmung gerade in der Kabine beschreiben nach Abpfiff? Ja, ich kann nur von mir sprechen. Also ich bin wahnsinnig enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass wir halb 35 Mal in der Saison Gas geben und das bringen, was wir in Osnabrück sehen wollen. Und dann am 36. Spieltag, wenn es wirklich um was geht, ist es ja immer in der Lage, dieses zu bringen. Und da muss ich mich auch hinterfragen, ob ich nicht die richtige Taktik oder Wörter gefunden habe. Fakt ist, dass wir heute angefangen haben mit einer erfahrenen Mannschaft und waren nicht in der Lage, durch diese Erfahrung Leistung auf den Platz zu bringen. Und es ist wahnsinnig schwierig für Spieler, die eingewechselt werden, ob das ein Steffen Tigges ist, der aufgrund der Gelb-Rot-Gefahr von Nassim Sargari früh gekommen ist oder ein Adi Menger, sich ins Spiel zu finden. Wenn halt die Unsicherheit da ist, ist es problematisch. Und leider hat Tigges sich da anstecken lassen und war komplett unsicher, komplett von der Rolle. Und ja, deswegen sind wir nicht so ins Spiel gekommen. Marc Haider musste auch verletzt vom Platz. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten, wie es ihm jetzt geht? Verdacht auf Innenbahnriss und Meniskus. Der wird uns jetzt in den nächsten Wochen fehlen. Auch nicht ordentlich gespielt, Marc. Aber zumindest hat man das Gefühl, dass er sich reinhängt. Und dadurch, dass er sich alleine gegen drei Leute durchsetzen müsste, weil er einen schlechten Ballkontakt hatte, aber er hat versucht, sich gegen drei Leute durchzusetzen. Und es verletzt er sich. Und ich finde es schade. Vielen Dank. Danke.